Charles Leclerc belog seinen todkranken Vater, um ihn glücklich zu machen Der Formel-1-Fahrer Charles Leclerc hat in einem emotionalen Interview offenbart, dass er seinen todkranken Vater belogen hat, um ihn glücklich zu machen. Leclerc erzählte, dass er seinem Vater, der an Krebs erkrankt war, vorgab, dass er nicht vorhabe, in der Formel-1 zu fahren, um ihn nicht zu besorgen. Leclerc sagte, dass sein Vater immer davon geträumt hatte, ihn in der Formel-1 zu sehen, aber er wollte ihn nicht zusätzlich belasten. Deshalb entschied er sich, ihm zu sagen, dass er sich lieber auf andere Karriereoptionen konzentrieren würde. Der 23-jährige Ferrari-Fahrer erklärte, dass er diese Lüge bereue und sich wünschte, seinem Vater die Wahrheit gesagt zu haben. Leclercs Vater verstarb schließlich im Jahr 2017, bevor er seinen Sohn in der Formel-1-Fahren sehen konnte. Leclerc sagte, dass er jetzt versucht, seinen Vater stolz zu machen, indem er sein Bestes gibt und sein Talent auf der Rennstrecke unter Beweis stellt. Er betonte, dass er seinem Vater viel zu verdanken hat und ihm immer im Herzen tragen wird. Er betonte, dass er seine Bestes gibt und sein Talent auf der Rennstrecke unter Beweis stellt.